das jahr 2015 und wir machen weiter mit advanced warfare bin ein bisschen lahmmaschig hinterher weiß nicht wieso aber tun wir es hier läuft alles läuft läuft ok spiel fortsetzen ja ja das lief es anders als bei den marines aber das hat mich nicht gestört auf dem boden das ist eine lebenslöne ranzierung die streitkräfte von atlas schreiten schnell ein um die geiseln zu retten um die döner zu befreien das hat man doch schon möglich das erste mal dass dein hinterwäldler kaffee schon wieder alle so ein scheiß wieso hole ich mir nie neuen kaffee bevor ich anfange aufzunehmen hallo boss bleib locker was können wir für sie tun so fürs erste reicht ein glas das geht noch besser setzt euch jungs ich meine scheiß jetzt echt nochmal angucken beim militär gibt es ein sprichwort behandelt deine männer wie geliebte söhne und sie folgen dir ins tiefste tal ich verlor meinen sohn und jetzt weiß ich es zählt jeder moment du musst sagen was gesagt werden muss solange du kannst ihr habt einen großartigen job gemacht lagos bietet fantastische perspektiven für atlas und dafür dacke ich euch auf euch männer ja das feiern tat gut das feiern tat gut aber gideon hatte recht es war reines glück und die kva wurde immer besser und setzte sich täglich größere ziele so so handy weg zocken mal sehen was jetzt kommt drei minuten der aufnahme und ich muss mir nur so einen scheiß wieder angucken passiert hier auch noch was so hat man die verbesserung hinzugefügt ja hatten wir wir haben keine punkte mehr frei mission nächste mission kommt jetzt nicht noch ein video eine eilmeldung es handelt sich um eine äußerst oh eine eilmeldung beunruhigende live-aufnahme das ist der background pacific reaktor bei seattle zeigungsberechtigung die händen gewehrschlüsse gehörten gefolgt von einer exaktion und wirklichen entspärlichen perronas fliegmeilen in die stadt von den treuern und anrufen und anrufen und anrufen und anrufen und anrufen und anrufen es folgt eine live einspielung rohmaterial offensichtlich eine ansprache des kva-anführers hades liebe mitbürger dieser welt heute habt ihr angst ihr habt angst weil ihr aus euren schlummer geweckt wird what es gibt tage die vergisst man nicht manche momente brennen sich auf ewig in unser gedächtnis ein wo waren sie das sind wieder heftige bilder vor vier jahren wollte ein mann unsere welt zerstören wollte ein mann dunkelheit über uns bringen dachten wir wir würden es niemals überstehen doch das haben wir zusammen als sie verwundbar waren gaben wir ihnen kraft als sie krank waren boten wir ihnen heilung als chaos herrschte sorgten wir für ordnung stabilität sicherheit die chance auf einen neuanfang wenn das mal wirklich so wäre ohne jegliche hintergedanken dass das ressourcen der welt freigeteilt werden würden das wäre sehr nahe ist sehr nahe ist sogar aber leider werden wir sowas glaube ich nicht mehr erleben vielleicht so in tausend jahren wenn wir mit der star trek zeit aufgeholt haben da läuft das ja alle arbeiten um sich selbst zu verbessern und nicht wirklich für profit fuck profit nachwirkungen hmmmm zweieinhalb millionen menschen alle in lagern wie diesem echt kein urlaub aber sie haben nahrung wasser sicherheit alles dank atlas und jetzt hat die kva die eier nebenan einzuziehen leck mich hm sieht auch hübsch hier aus vier jahre später oh ok schau dir gleich ins gesicht du bastard die kva macht keine pause und wir auch nicht verstanden sie wollten die leute im nächsten monat zurückbringen dann ist die kva aufgetaucht die looks so nice sie beschützen unser ziel sind wir noch dran an ihm dr pierre danois er ist im innenstadt krankenhaus haben grünes licht vier jahre jagd auf haus und seine rechte hand klopft einfach so an der tür das ist brillant was da los oh ich wollte grad sagen mit wem redest du de la pena hallo blake wo akne akne was ist hier los oh hier spielt baseball kann ich mitspielen ha du flasche sheffield lee ich wette der sieht gar nicht chinesisch aus moment captain what the shit scanne auf isotope bitte warten nein oh die wollen gucken 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 danke raffle sonny haha i need a medic sonny ja die bike stehen bereit das zeitlimit ist eingegeben in Ordnung aufsteigen was bist du schönes mit mir synchronisieren nein i wanna drive it by myself bravo 2 1 der doktor hält position im krankenhaus die uhr tekt verstanden profit bei kontrollpunkt blauen 5 nicht vergessen wir brauchen ihn lebend um hades zu finden verstanden ok sir oh mein gott was ist das für cyborgs na du sexy man du liest ja schon ziemlich nice aus tschüss kann ich jetzt endlich mal selber steuern hier bravo 2 1 passiere Linie Delta mhm ist voll die terminator stimmung hier ich kann nicht glauben dass das Detroit ist so viel hat sich nicht geändert ja jay sammelt und direkt vor uns 12 uhr profit bravo 2 1 beim sammelt bereit halten ok ich bin immer bereit baby Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Oh, ich muss hier lang. Zerstörte Städte sind einfach nur geil. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde sowas immer interessant. Weil du dir dann so teilweise eine Zeitreise im Kopf machen kannst. In der Sonne von hier haben wir Menschen gelebt. Ich finde sowas übelst interessant. Okay, Bas, wir sind immer leise. Oh, oh nein. Oh, I'm sorry. Sorry. Oh, eine Schule. Oh, wir haben euch. Oh, wie komme ich jetzt da durch? Congratulation class of 2050. Wieso lieben you? Oho. Mann, Düt, komm runter. Das war nur ein Licht. Pussy. Meine Fresse, Mann. Wahrscheinlich passiert erstmal wieder gar nichts. Und nachher habe ich nur noch Action. Und es gibt Kette, Opa. Oh, no. Erwachsene in der Schule. Was ist passiert hier? Wir sind leichen. Sieht wie ein Räumtrupp aus. Schutzanzüge fehlen. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Wenn die KVR getan vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben als wir dachten. Okay. Mitchell, die Tür. Okay, I'm on it. Geh mir mal aus dem Weg, du Arschkeks. Bin doch schon da, du Penner. Mach mich nicht an, Alter. What the hell? Das ist lustig, dass es keinen Unterschied macht, ob man im Stehen geht oder gebückt. Die Sound-Effekte sind genau gleich. Ja, Mann, machst du mal hin oder was? Ey, willst du mich verarschen, Opa? Ich bin doch schon längst oben. Oh, Mr. Mucki, Mann. Oh, hallo. Das scheint Gegner zu sein. Einmal Slow-Motion runterfallen. Mitchell, Mitchell, halt durch, komm runter. Ah, ha. Toll, wo ist meine Waffe? Oh, was ist meine Waffe? Versucht, die südliche Seite zu erreichen. Treffen uns dort. Ähm. Okay. Mitchell, hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Wie konnten wir das nicht mitkriegen? Was? Wie? Dolle Kackwurst. Dolle Kackwurst. Was geht denn ab? Leave me low. Immer diese Puppen. Ich hasse Puppen, Mann. Oh, F. Oh, F. Tja, Bro. Selber schuld. Bauer, Bauer ist tot. Sorry. Ich bin draußen. Unten an der Feuertreppe. Mitchell, hier unten. What? Wo ist meine Waffe? Ich will meine Waffe wieder haben. Harschkrampe. Jeder schafft seinen Treffer. Jeder schafft seinen Tor. hmm, oder auch nicht so, 8.0 wieder oh, oh, ich geh mal über die Entdeckung ich hab nur neue Waffe gebrochen, scheinbar ähm, F hä? ach, ich dachte, das war meiner ich dachte, dass der zu mir gehört, eine tolle Wurst ich geh jetzt mal rein hier oh, Mann ich wollte ihn noch messern oh oh oh, was haben wir denn hier? Munition auffüllen, nice oh, jetzt fühle ich mich ausgerüstet jetzt hab da Probleme, Leute oh ist ja meiner bei Fan Friendly Fire haben wir ganz schön im Arsch meine Fresse, Mann, der hier ist echt unsterblich der Typ kriegt ein Schuss, der hier noch Fresse aus und überlebt das oh, weg hier, weg hier, weg hier ich geh mal eben in Deckung sicher ist sicher sicher ist sicher schon wieder halbtot, der hat überhaupt nichts gebockt mich zu verstecken da sind sie Bewegung ich mach das nochmal mit den mit den Dingensgranaten toll kann abgeschwindet oh, Beine gebrochen okay, los jetzt die Straße bietet keine Deckung, Boss der Wagen das ist unsere Deckung Krankenhaus noch 100 Meter entfernt los Joker gib uns Deckung ich bin so stark ich bin so stark ich bin so stark Wir haben eine Krasselmachung. oh muss ich das scheiß ding echt noch weiter schieben 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 bewegung bewegung so wir sind drin männer ist in der nähe erster stock nördliche seite wir brauchen ihn lebend blendgranate alter schwede verrägst du fast nur weil du eine blendgranate rennst kassel 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 So, dann klatsch ich's halt alle mit der Hand weg, ey. Den haben sie durchlöchert, möchte ich sagen. Nimm dich jetzt mal fest, Fräulein. Uh, voll ins Gesicht. Ja, das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Noch eine drauf, alter Schwede. Einpacken und mitnehmen? Einmal, einmal, einmal bekloppten Doktor mitnehmen. Das sieht jetzt irgendwie tot aus, Mann. Meinst du, das war gut, Joker? Ah ja, let's go. Oh, oi. Was machen wir denn das? Oh, das ist eine Tretmine. Das ist aber nicht sehr nett. Da ist jemand unsichtbar. What the craps? Wer seid ihr denn? Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor. Und bewegt euch. Wer sollt'n hier? Ich würd' lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Ob das eine gute Idee ist, Boss? Wir haben wohl keine Wahl. Okay. 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 Let's go. Oh, ist das eklig mit der Maus zu lenken? Oh, das macht irgendwie Spaß. Hallo, Mr. Heli. Oh, Alter, seid ihr nicht ganz sauber? Ich bleib immer dran. Keine Sauber. Gebeim, gebeim. Gebeim, gebeim. Gebeim, gebeim. Wo lobe ich mir das? Profit, Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Geh dir ein Ende. Das war spannend. Nice. Verbesserung. Hm, zwei Punkte wieder. Ähm, let's see. Die, äh, Panzerung, aufrüsten und was? Oh, das war schon zwei Punkte. Oh, okay. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Aber jetzt habe ich wieder Lust. Vielleicht machen wir hier schon morgen die nächste. Mal gucken. Bis dahin, what out!